Ich bin seit letztem Jahr Mai im Unternehmen in der Uniklinik Frankfurt und seit 2014 bin ich in der Pflege tätig, habe dort mal einen Examen gemacht. Ich liebe meinen Beruf, also ich mag die Patientenversorgung, ich finde es ein toller Job, der Erkenntnisse aus der Medizin, aus der Bewegungslehre, aus der Anatomie, alles zusammenbringt mit der Vertrauensarbeit. Ich finde das persönlich sehr zufriedenstellend, aber die Arbeitsbedingungen sind für mich nicht tragbar. Ich frage mich, wie wir Nachwuchs begeistern können für diese Arbeit, wenn wir ihnen nichts anderes bieten können, als dass sie sich als Lückenfüller empfinden oder auf den Stationen verheizt werden. Für mich ist ganz wichtig, oder was mir wichtig ist zu sagen, liebe Pflege, kommt zu Potte und organisiert euch. Ein Tarifvertrag verhandelt sich nicht von alleine und auch ein Entlastungstarifvertrag verhandelt sich nicht von alleine. Da steckt Arbeit dahinter und Organisation. Normalerweise steht euch nur ein gesetzlicher Mindestlohn zu, es steht euch nur ein gesetzlicher Urlaubsanspruch zu, das ist weitaus weniger. Wir werden es nicht schaffen, eine Entlastung zu verhandeln, wenn euch nicht bewusst wird, dass ihr selber euer Leben gestaltet. Es kann nicht die Lösung sein, dass ihr euch einen anderen Beruf suchen müsst oder dass ihr irgendwann reduziert oder ins krank, ins Dauerkrank oder sonstiges geht oder euch dann in Familienpläne flieht und denkt, ja, wenn ich dann Kinder kriege und zu Hause bleiben kann, dann wird es erst richtig schön. Nein, für mich muss sich was auf der Station ändern. Ich möchte meinen Beruf lange machen können und dafür braucht es mehr Personal. Auf meiner Station ist der Schlüssel, wenn es gut läuft, drei Patienten pro Pflegekraft. Das ist, würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen noch gut, klappt aber nur, wenn keiner fehlt. Wir haben kein Ausfallmanagement. Für viele andere Stationen sieht das anders aus. Dort gibt es keine Pausen, du kommst nicht zum Essen, du schläfst nicht mehr ruhig, weil du nicht weißt, hast du was vergessen, ist der Patient sicher versorgt. So darf das nicht sein und so muss das nicht bleiben. Lasst euch nichts gefallen.